hallo youtube und anime freunde da draußen willkommen zu einem neuen video hier bei gavatrons heute packen wir den anime ich hoffe ich spreche den namen richtig aus Grimgar SS and Illusions aus auf dvd gibt es aber auch auf lowe das ganze kommt von karsel anime ist ab zwölf jahren bzw 16 jahren frei gegen die anderen zwei volumen sind ab 16 das erste ab zwölf ja und das gucken wir uns heute mal an ich wollte den anime schon länger auspacken musste aber warten bis mir amazon volume 2 ausgetauscht hat das hat sehr lange gedauert weil er beschädigt war aber heute ist es soweit wir können das unboxing drehen und sozusagen genug geredet fangen wir an das ist das erste volumen hier kommt in diesen ja was ist das ein media book würde ich sagen ziehe das mal hier langsam vorsichtig runter fühlt sich vom ja vom gefühl her sehr matt an sehr schön fühlt sich das an auch der zeichnstil gefällt mir richtig gut zum annehmen selber kann ich nichts sagen aber was ich gesehen habe so ein bilder und so das hier sieht interessant aus und interessiert mich sieht aus dem fantasy anime aus und hier steht die adoption der light novel wurde von a1 picture spätestens seit soldat london und fairytale eine echte instanz in der fantasy regel in einen einzigen einigen stil kunstvollen szene gesetzt sprachen haben wir deutsch und japanisch je 2.0 vom sound und der titel deutsch laufzeit 100 minuten bild von 16 zu 9 examen clear opening 40-seitiges booklet aber ich weiß es nicht wie viele folgen hier draus sind sehe ich gerade irgendwie nicht aber egal gucken wir mal weiter das media book also das book ist im media book gearbeitet finde ich ganz in ordnung sieht auch schön aus sehr schön gestaltet es ist sehr warm draußen aber ende der wochen soll es wieder nass und etwas kühler werden ich hoffe ihr hattet schöne ostertage ich hatte zwei entspannte tage zum glück man kann ich sagen samstag lang arbeitstag aber ab morgen wird wieder gearbeitet und das ist anstrengend weil ich noch sehr viel machen muss ich muss als friseur diese woche ich muss hier noch ein bisschen umräumen weil jemand die heizungen ablesen kommt und da steht was davor ich hoffe ich krieg das alles diese woche geregelt haben die charaktere ja wie gesagt den anime selber habe ich schon nicht gesehen aber vom zeichenstil gefällt er mir richtig gut und ich hoffe das wird ein cooler fantasy anime sein ich habe mich ja sehr darauf gefreut dass ich jetzt will und zweimal endlich habe also austauschen konnte das hat echt lange gedauert bei amazon die stellen sich dann manchmal was quer wenn man das öfters macht aber ich habe den schon öfters gesagt ich möchte mit dhl beliefert werden die machen das dann einmal und dann tun sie wieder hermes schicken und dann passiert dann blöde sachen dass die sachen kaputt gehen und mich stören halt wenn da kanten kaputt sind das versteht aber amazon irgendwie nicht so das war die lumen eins dann haben wir nun zwei das ist jetzt ab 16 jahren freigegeben so kommt raus sich auch wieder sehr schön an auch die gestaltung finde ich sehr schön von den motiven ja hier haben wir dann wieder die sprachen deutsch und japanisch mit dolby digital 2.0 je untertitel deutsch 100 minuten sind die laufzeit bülformatis 16 zu 9 examen ein viertseitiges booknet aber wo stehen denn hier die episoden anzeige das steht hier irgendwie nie da falls ihr den an wie gesehen habt könnt ihr mir schreiben wie ihr den gefunden habt wie ihr euch den gefunden habt mein gott 30 mal zusammen tosten die june also die die burg glänzung ist sehr schön aber hier die charaktere aussieht und nicht nur haltungs von den kulissen kann ich jetzt aber nicht sagen wer der gute und böse ist und was es da geht ich glaube jetzt auch nicht dass es in die richtung von goblins lehr geht sondern er ja weiß ich nicht vielleicht schon geld und zwar daran also eine mischung nur dass das alles in einer fantasy welt spielt und ich in einer realenwelt oder online spiel was ich auch cool finde das habe ich eben noch ganz erwähnt hier sind die episoden dass die interviews sind von den produzenten und sprechern finde ich cool und sogar in deutsch also hat Kase sich echt sehr viel müh gegeben und dann noch mal die dvd wie gesagt das ganze gibt es auch auf blu-ray und dann kann das hier auch abmachen habt ihr dann noch mal ein bild so ich zeig das mal kurz hier aber ich lasse das erstmal dran und dann haben wir hier volumen 3 ich weiß nicht wann ich dieses video hochladen werde heute ist ja montag kann sein dass ich jetzt ganze tage nicht online sein werde vielleicht erst am sonntag nächste woche also wundert euch nicht wenn ich euch nicht antworte oder keine videos kommen oder ich videos kommentieren werde ist einfach ein zeitproblem und das wird im mai leider auch so bleiben dass ich sehr wenig freizeit habe weil es sehr viel über stunden machen muss und ja nervt mich zurzeit ein bisschen selber langsam bin ich an so einer belastungsgrenze aber ich versuche halb alles durchzuziehen und mein leben weiter zu führen irgendwie also seht eine sehr schöne gestaltung gefällt mir richtig gut genau die dvd also mir gefällt der release kann man quasi an mir nur loben bin ich sehr zufrieden ja falls euch der andere interessieren sollte ich werde schon in der video beschreibung links zu amazon verlinkt da könnt ihr euch ja die dvds oder die blu-rays bestellen außerdem auch einen trailer werde ich verlinken und der video beschreibung und auch weitere informationen zum anime also einfach meine video beschreibung gucken falls ihr den anime gesehen habt könnt ihr mir gerne in den kommentaren schreiben wie ihr den gefunden habt ich wollte wie ihr euch den gefunden habe sagen wie ihr den gefunden habt und ja ob das nur fantasy ist ich würde mal sagen ja ob der gut ist auch bei euch gefallen hat oder nicht können wir gerne in kommentaren schreiben schön schon einen schönen tag genießt den sonnenschein vor der regen kommt und wir sehen uns zum nächsten mal euer gabatrans bis bald tschüss